Und damit herzlich willkommen zurück bei Unholy Kingdom. Mit dabei wieder der Go-Buy und die Anonymous. Guten Tag. Das ist ein Flockstreaver. Was macht der? Der macht... So ungefähr. Er ist gerade gestorben. Wie machst du eigentlich diese schrägen Säulen, wie du sie an deinem Rathaus gemacht hast, Tore? Kaff in das Blöcke. Wisst ihr eigentlich, dass Brillen extrem teuer sind? Brillen? Ja. Brillen, ja. So im echten Leben? Ja. Nö, weiß ich nicht. Ja, weiß ich, weil ich eine Brille habe. Ich habe keine. Ich habe noch gute Augen. Ich habe mir jetzt hier für nach Weihnachten eine kurze Vielbahn vorbei und die haben sich ja nach Dänemark geliefert, was ich voll geil fand. Aber du kaufst schon in Deutschland, ne? Ja, ja, klar. Deutsche kauft nicht bei Dänemark oder was? Ja, bei der Stamphiale. Und, äh, der Fremse burnt. Der Fremse! Der Fremse! Oh nein! Warum musstest du hier so gestern? Ich dachte jetzt auch, dann ist das nicht so ein Fernsehkoch. Die Fremse, nee, das ist keine Ahnung. Naja, also Brillen, du hast dir die liefert. Ähm, ja, und das, das krass ist aber einfach nur, wenn ich überlege, was ich darf jetzt, beziehungsweise, meine Mutter war so begrüßig und hat gesagt, du warst ja das ganze Jahr nicht, hier im Endeffekt kann ich dir genauso gut bezahlen. Ähm, 200 Euro. Fand ich da ein bisschen so, oah! 200 Euro für eine Brille? Meine erste Brille hat 378 Euro gekostet, das weiß ich noch ganz genug. Junge! Wieso, wo, wo, wo kaufst du deine Brille, das Goldgestelle, oder was? Das war auch bei, das war auch bei viel, man. Ne, bei Apollo Optik war das, aber das war, ähm, das war so eine Designer-Brille. Ja gut, man kann's auch übertreiben, ne? Ja, das, keine Ahnung, meine Mama meint, ich soll halt ne gescheite Brille haben und dann hab ich sie verloren nach einem Jahr. Und dann hab ich sie nach zwei Jahren wiedergefunden, aber da hatte ich schon ne neue Brille. Oh, Alter. Aber das Teueste ist ja daran immer die Gläser, 130 Euro für die Gläser. Ja, das ist, ich hatte auch irgendwie so dreifach verspiegelt, oder wie so. Verspiegelt? Kann ich mir nicht überhaupt nichts äußern? Entspiegelt? Ja, entspiegelt, wollte ich grad sagen, verspiegelt. Was ist denn mit, äh, Kontaktlinsentraktiken denn? Ich brauch ja die Brille nur zum Autofahren, ich bin ja nicht blind. Ich bin blind. Haha. Ja, minus 3,75 auf beiden mittlerweile. Oh. Haha. Haha. Wird das schlechtermals? Das wird schlechter tatsächlich, ja. Wie geht's dir damit? Scheiße. Au. Bist du jemand blind? Ähm, nein. Er hat dich gemobbt. Du hast echt nen Geigen. Ja. Warum nicht? Haben wir nicht noch nen Gorobeikopf irgendwo? Oh, das wär super. Im Haus irgendwelchen könnt ihr abbauen. Ich muss doch hier irgendwie das so in der Mitte setzen. Warte mal. Scheiße, das ist zu dünn. Da muss ich das nochmal ein, ein Dicke, ein, ein Sticker haben. Aber dann, dann ist die Frage ja, wie kommt das denn, dass ihr ne Brille tragen müsst? Also, ist das angeboren oder ist das... Das heißt, wie kommt das denn? Bei mir ist das so, dass ich ne Brille bekommen hab, weil ich, ähm, in der Schule Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Und dann hat halt der Arzt gesagt, das kann dran liegen halt, wenn man ne leichte Sehschwäche hat. Und dann hab ich halt ne Brille bekommen, aber die hat halt, weiß nicht, minus 0,75 oder so. Also, extrem wenig. Und dann hab ich halt... Theoretisch, letztlich auch die Kurzsichtigkeit, die hast du wahrscheinlich auch, oder? Jaja, minus 0,75. Ähm, Kurzsichtigkeit lässt sich theoretisch weg trainieren, zum gewissen Grade. Ja, du kannst es kompensieren, wenn du deine Augen sehr anstrengst. Aber das macht dann, sorgt dann halt dafür, dass du Kopfweh kriegst, oder halt, ne? Nein, man kann es wirklich weg trainieren, im Sinne von, du kannst es über mehrere Wochen Übungen machen, die deine Sehstärke, ich glaub, alle drei Monate um einen halben Dioptrien besser werden lässt. Oder wenn nicht sogar schneller. Es kommt immer auf den Menschen darauf an, wie viel und wie oft du deine Augen trainierst. Es gibt Übungen, die man machen kann. Und, ähm, da ist das Problem einfach, hast du mal eben diese... diese Zeit, das zu machen immer die ganze Zeit, wenn du nicht gerade mit der Brille was tust. Weil das Problem ist bei mir zum Beispiel, ich sehe ja nicht mal, wenn ich vor einem Bildschirm sitze, gerade mal diese, was sind das, 40, 50 Zentimeter. Ich? Ich erkenne, ich sehe ja nicht, was auf dem Bildschirm ist. Bei mir ist es so, dass ich am Horizont, wird es ein bisschen verschwunden dann, aber wirklich kaum. Ich hab nur halt, bei der Fahrprüfung muss man ja so einen Sehtest machen, Führerschein. Und da sind ja am Ende diese kleinen Kreise, die immer rechts unten, rechts, rechts oben, oben geöffnet sind, ne? Und bei der allerletzten Größe, und ihr wisst ja, das ist wirklich Ameisen groß, also kleiner eigentlich, so mehr so Mikroben groß, ähm, da hab ich's halt nicht mehr geschafft ohne Brille. Und dann hab ich halt in meinem Führerschein jetzt eingetragen, dass ich mir Brille brauch zum Autofahren, was lächerlich ist, weil ich die eigentlich gar nicht brauch. Bei der Größe? Okay. Aber gewissenhaft, äh, wie ich bin, hab ich natürlich immer ne Brille auf und im Autofahren. Diese Sehtest für den Führerschein war ganz toll eigentlich bei mir. Da hieß es nur so, ja dann lesen Sie das mal, ohne Brille oder mit Brille. Sie können es einfach mal ohne Brille probieren. Können Sie die erste Zeit lesen? Nope. Okay. Ach, das war schon dieser so, dieser A, B, C, D, bla, Buchstabenfest. Yep, so, ja. Den hab ich ja locker ohne Brille bestanden, aber als es dann an dieses, ja, dieses, wie heißen das, so ne Art Mikroskop ist das ja, wo man dann durchguckt. Das größere Problem, was ich finde, ist ja, dass sie dann immer dieselben Zeichen benutzen, in der selben Reihenfolge. Das find ich ein bisschen blöd, weil ich meine, kannst du das einmal auswendig lernen, weißt du das. Ja, und am Ende bescheißt du dich nur selbst. Ja, das ist richtig, aber im Endeffekt ist das dieses, ich weiß jetzt, was da steht, aber ich sag einfach mal, ich kann es nicht erkennen und bin ehrlich. Nee, also, es ist nicht immer das gleiche gewesen bei mir. Ich hab das am Schluss nämlich auch versucht, dann zu raten mit den, halt, das war aber nicht so. Aber du bescheißt dich ja, wie gesagt, selbst. Naja, in gewissem Maße, ne, aber wie gesagt, eigentlich ist es lächerlich, dass ich ne Brille tragen muss zum Autofahren und jemand, der mit 20 noch gut sehen konnte, aber mit 80 halb blind ist, keine Brille tragen muss zum Autofahren. Ja, ist ja Schwachsinn, wie ich finde. Nur, weil du eine tragen musst. Also, ich muss keine tragen und, äh, bin ich auch stolz darüber. Da braucht man gar nicht stolz drauf sein, weil das nichts ist, was man selber erarbeitet hat. Nein. Habe ich selber erarbeitet, Leute. Scheiß hast du. Bin ich selber schon. Ich muss mal den Kopf da ranhängen. Das geht ja immer noch nicht, müsst ihr euch das vorstellen. Aber meine Eltern haben jetzt beide, äh, vor ein paar Jahren eine gekriegt. Kurzsichtig, oder? Weitsichtig, oder? Ja, wegen des Alters halt, ne? Ja. Und das muss man ja sagen, das liegt mir vererblich. Das ist was? Das ist vererblich, diese Alters, äh, kurzsichtig, kurzsichtig, weitsichtigkeit, ne? Ja, gut, ich hab trotzdem noch ein paar Jahre. Ja, ja, Weitsichtigkeit. Also, mein Papa hat nie ne Brille gebraucht und meine Mutter hatte schon immer ne Brille. Aber jetzt brauchen sie beide eine Lesebrille. Sprich, dass sie nah, also weitsichtig sind quasi. Ja, genau, so ne Lesebrille haben die jetzt auch. Ja, ja, genau. Aber das ist ja nicht interessant, weil so diese Alters, weitsichtig, das ist ja, das ist ja schon mittlerweile schon richtig normal geworden. Ja, das, das ist aber auch schon früher normal gewesen. Das haben auch die Leute damals schon gehabt, die haben sich nun dann nicht ne Brille geholt. Meine Oma zum Beispiel, die hatte auch noch so für die Zeitung zum Lesen so ne Lupe einfach. Ja. Entweder das oder zweitens waren sie auch meistens nicht so alt. Ganz früher, ja. Äh, Max? Ja? Äh, ne, ist egal, ich mach das selbst. Übrigens der Name Brille kommt ja von Brill, denn ganz früher hat man einen geschliffenen Brill genommen und über das Papier so drüber gefahren ist man damit, um das zu vergrößern, also auch wie die Lupe quasi. Das, was man also teilweise in, in einigen Fantasy Filme sieht, dass denn diese, diese gelehrten, die schon eigentlich ne Brille haben, diesen Stein nochmal übers Papier fahren, damit die es besser sind. Ja, genau. Aber, ähm, lustigerweise ist auch Brille im Deutschen, also eins, äh, Brille, das Wort, ist eins der wenigen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch im Deutschen, in anderen Sprachen das Wort Brille von Brill kommt, weil im Englischen zum Beispiel ist es ja Glasses. Also, der Wortstamm ist, glaube ich, nur noch im Deutschen so geblieben. Weiß ich gar nicht, ob es noch andere Sprachen gibt da. Gibt Neug. Gibt Neug. Ein deutscher Wortstamm halt, ne? Oder es heißt er, ja, heißt er Brille, ja. Wahrscheinlich im Schwedischen dann auch, norwegisch-schwedisch. Wahrscheinlich. Hm, aber halt. Und auf Finnisch heißt es wahrscheinlich Rötzkerrecker. Aber Latein ist wieder irgendwas ganz anderes und, ähm, die Lateinamerika- also Lateinamerikanisch, nein, also die, wie nennt das denn, die romanischen Sprachen, die haben ein anderes Wort dann für Brille. Aber ich hab's auch gerade vergessen. Du sollst ja sagen, heißt er nicht Romanisch, aber da wusstest du's schon. Romanisch, ja. So. Ich lauf hier die ganze Zeit hin und her und mach nix gescheits. Ich brauch ne neue Schaufel. Ist das gescheit, dass du ne neue Schaufel brauchst? Ich weiß nicht. Ich geh jetzt zum Schmied und mach mir eine neue Schaufel. So, angeregte Diskussionsthemen heute, Leute. Was habt ihr denn lieber, wenn wir so rumblöd rumquatschen oder wenn wir über Themen diskutieren? Ich glaube, dass solche Themen hier eigentlich ganz geil sind. Ah. Ich muss mich einmal kurz strecken. Ja. Was warst du? Äh, ich dachte so, soll ich jetzt, soll ich jetzt? Ja, ich bin. Du musst hier lang, Max. Nein, ich muss, ich muss runter. Ach so. Aber ich wollte mir das jetzt einmal angucken, wie das aussieht. Ach so. Ja, ne, ich muss, ich muss erstmal, ähm, hier, äh, 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 ich hab nämlich Nether, Nether, Nether gefunden. Nether Stein. Nether, Nether. Wo das denn? War da drin im Haus, oder was? Ähm, ne, hier unten in dem einen Gewölbe, was ich entdeckt habe, hier in diesem Türmchen. Ähm, da sind nämlich auch so Feuerstellen und da ist es mit Nether Rack gebaut. Aha. Und den können wir abbauen? Und das willst du jetzt für deinen... Ähm, das will ich jetzt, äh, klauen. Das Problem ist, da sind ganz, ganz viele Monster Spawner... Der klaut! Ganz viele Monster Spawner da unten drin, ne? Eigentlich wollten wir noch eine Kiste bauen und alles reintun, schneller, aber ich hab ganz vergessen, jetzt im Laufkasten folgt mir mental wieder da runter. Na, naja. Noob, hast hier. Der Noob Train. Noob, noob! Den kennt Anne sehr gut. Hat sie ne Dauerkarte. Hat sie ne Dauerkarte für... Bahncard 100 für den Noob Train. Und da unten. Erste Klasse aber. Wenn schon, wenn schon. Anne fährt nur Erste Klasse. Einen Chaotic Creeper. Den lassen wir auch lieber da. Es ist echt ziemlich luxuriös, Erste Klasse zu fahren, ne? Ich hab das ja schon ein paar Mal gemacht. Ja. Ich werd mir das demnächst mal gönnen, glaub ich. Das geilste ist immer noch das eine Mal, wo ich dann im Zug war von Flensburg nach Kopenhagen. Ein deutsches Pärchen stieg ein. Du, ich glaub wir sind falsch, das muss Erste Klasse sein. Es war Standard. Pfff. ICE dann, oder? Nee. Noch nicht mal ICE. Nein, das ist nämlich das Geile. Die dänischen Züge sind im Verhältnis von den Deutschen richtig luxuriös. Du hast wirklich Beinfreiheit, du kannst da schön gemütlich sitzen. Ach, die dänischen Züge sind... Die sind also die Staatsbahn. Achso, Deutsche sind im dänischen Zug eingestellt. Ja, Deutsche sind im dänischen Zug eingestellt. Vielleicht dachte ich umgekehrt. Weil die deutschen Züge sind ja zum Teil so alt und abgefangen. Ja, diese alten plastischen Sitze da, ey. Klappstuhl da. Weißt du, da kannst du nicht mehr... Können sie sich das Polster aussparen, kannst du gleich auf so ner Plastikschale sitzen. Ja, ohne Witz. Ey, das Polster ist einfach nur... Mach's nur noch unhygienischer und sonst gar nix. Das ist alles, ja. Ich mach's dann auch schon. In so nem komischen Haus drin. Oh oh, da ist was geswant. Ah ne, das war nur... War nur Stein. Okay. Ich seh Geister. Aber... Ja... So ist das. Aber ich gönn... Ich wollte immer mal... Mir erste Klasse gönnen. Einfach so... Just for the lols. Dafür ist halt dann doch ziemlich teuer. Ich find's halt krass. Weil im Prinzip... Ne? Im Zug hast du ja nur das Ziel von A nach B zu kommen eigentlich, ne? Und... Und... Du kommst da auch in der zweiten Klasse von A nach B. Und kannst auch da nen Platz reservieren. Und nur... In der ersten Klasse zu fahren. Nur für den Luxus eigentlich. Ist das eigentlich schon, wenn man so drüber nachdenkt, ziemlich... Ziemlich abgefahren. Für dich jetzt. Ah, brauchen wir jetzt Kürbisse? Ne, ne. Wir haben welche im Lager. Also im Prinzip, selbst wenn man reich ist, sollte man immer sagen, ne, ich fahr trotzdem in die zweite Klasse, weil das einfach nur Geldverschwendung ist, erste Klasse zu fahren. Aber man hat so ne Ruhe in der ersten Klasse, ne? Ach, guck drauf an, ne? Das ist wiederum richtig geil, ich wollte grad sagen. Es geht so. In Dänemark gibt's aber... Es gibt in Dänemark ja auch diese tollen, ähm... Stillzonen. Die gibt's auch in deutschen Zügen, die werden nur nie eingehalten. Echt? Aha. Da ist dann so ein Zeichen, also steht dann so Ruhe-Dings und da steht dann so ein Zeichen so, ne, so im Sinne von bitte Ruhe und halt Handyverbot. Aber meinst du, da wird sich irgendjemand drum scheren? Nein. Ich hab grad einen Elektro-Creeper getötet. Krass. Wie kommst du damit klar? Also das Problem ist doch nachts hier in dem Mappack, dass du keine ruhige Sekunde hast. Mhm. Das stimmt wohl. Das ist richtig. Das hier sind ein paar Hero-Brines. Ich find das witzig, wie uns jetzt schon mindestens drei verschiedene Diskussionsthemen eingefallen sind, ohne dass wir's vorher abgesprochen haben. Weil in der Zeit lang für Feed the Beast haben wir uns ja immer versucht, Themen rauszusuchen. Das stimmt. Und jetzt hat sich das einfach so ergeben. Und jetzt hat sich das einfach so ergeben. Ja. Auf meine coolen Themen wollte ja immer keiner reagieren. Was für coole Themen waren das denn? So erstes Date und so. Erstes Date und Max sagt, das ist privat! Lame! Wo ist er, der Max? Dette Buhmann. Bist du hier unten drin, Max? Wo drin? Was denn? Ja, ich bin hier unten drin, aber du hast grad irgendwas. Was? Da wo das Feuerwerk rauskommt? Feuerwerk? Geh, geh, geh mal, hol mal Anne dahin. Ich hab hier einen Schalter gefunden und einen ganz komischen Mechanismus und ich hab den Schalter umgelegt und plötzlich startet ein Feuerwerk. Das ist voll cool. Was? Ich will das sehen. Warte, warte, warte. Du musst zum Rathaus kommen. Ja, ja. Sekunde. Zur Einwahlung des Feier hab ich da was gleiches vorbereitet. Warte, warte, warte. Dann haben wir viele Dispenser, da ist voll viel Feuerwerk drin. Ich will das sehen. Ja? Komm her, Anne. Ich bin gleich da. Ich muss hier auch irgendwo raus, ey. Zum Rathaus und dann ab und es auch da. Ab und es war klein. Und dann zur kleinen Insel. Hier hinten. Wuuu. Gesehen? Nee. Ich hab kein Feuerwerk gesehen. Mach den Zombie-Chef tot. Der war kurz. Mach Feuerwerk! Ja, ich muss mir erst mal grad einen Weg rausbuddeln und ich will es nämlich auch sehen. Obwohl, ja, ich kann es ja bei euch gucken. Anne, warte, warte, Anne ist noch nicht da. Was fliegt hier denn drin rum? Da war das Hähnchen, ist Anne. Ich glaub, ich hab da hier aber irgendwas kaputt gemacht. Muss das Hähnchen? Hm, ist nicht gut. Ah, da. Okay. Ja, ich sehe es. Warte kurz, ich muss hier kurz ein bisschen reparieren. Los, Max, die Nacht ist nicht mehr lang. Okay. Feuerwerk! Feuerwerk! Oh, wie geil! Was ist denn das für ein geiler Dungeon, Mann? Oh, guck mal, Creeper-Köpfe kommen da raus. Oh Gott, ich ertränke! Doch nicht. Irgendwie schön, ne? Oh, voll cool! Können wir Hähnchen halten? Ja. Okay. Frohes Neues, ne? Das wär so die Silvesterfolge gewesen. Da hab ich die letzten paar Tage gesessen, by the way. Oh, ist schon zu Ende. Kann nicht zu Ende sein, das waren volle Dispenser. Willst du einen Apfel? Ja. Picknick auf der Insel. Dankeschön. Und die Folge ist zu Ende. Mit einem großen Knall. Wie kommst du eigentlich hier raus, Max? Ich hab mich freigebottelt. Okay, wir gucken in der nächsten Folge das Feuerwerk weiter. Was ist jetzt hier aktivieren? Da unten. Das bleibt jetzt erstmal an. Bis dann alle ist. Bis dann, tschüss! 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 Tschüss!